Petja war vorsichtig. Kein Entwicklungsauftrag im selben Geschäft innerhalb von zwei Monaten. Keine doppelten Abzüge, keine Vergrößerungen. Ich habe heute mein erstes Hörbuch aufgenommen. Das weiße Album von Diana Feuerbach. Es ist eine wunderschöne Erzählung, weil sie spielt nämlich im Jahre 1998 und reist nochmal zurück ins Jahre 1988. Und zwar spielt das Ganze in Brooklyn, in Amerika und in St. Petersburg. Und das ist einfach eine wunderbare Erzählung, sehr geheimnisvoll über einen Dieb, der sich durchschlägt und der eine fulminante Entdeckung macht. Genau, also quasi nach der Eins, man muss da 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 da. Genau. Genau. Ihr seht total entspannt aus. Schön glaubt. clubben stage ich Vielen Dank.